Diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben. Wie so oft schaffen sie etwas Wundervolles und lassen es dann fallen. Auf jeden Fall. Wisst ihr, warum sie diese Strecke aufgaben? So tödlich. Hahaha, zum Glück sind wir nicht sterblich, nicht wahr? Und damit begrüßt man euch wieder hier bei einem wunderschönen Parts hier von Bordel. Ey, mein Kopf. Jetzt sterbe ich mir. Jetzt frage ich mich gerade, warum wir eigentlich vier Striche sind. Ja, weil der ist Level 1. Und deswegen vier Striche. Ja, weil das soll eigentlich ein Vierheck darstellen oder die sind so dumm dafür. Gut, ich merke gerade, das habe ich auch schon mit Bide gemacht. Also ich frage mich, welche Missionen ich nicht mit Bide geschafft hatte damals. Alles. Oh. Und jedenfalls, herzlich willkommen hier wieder bei den Idioten. So, jetzt geht das wieder los. Jetzt musst du dein rotes, dein rotes muss da unten hin. Kannst du bitte, das solltest du nicht runterspringen, aber egal. Es geht, es geht trotzdem. Geht von der Höhe aus. Oh. Uh. So, jetzt muss ich, 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 stopp, stopp, stopp. So. Jetzt wird noch schön kompliziert, das sage ich dir jetzt schon. Und Drehung. Yay, Drehung wird geschafft. Das Schöne ist, wenn ich gestorben wäre, müsstest du mitsterben, weil alleine komme ich nicht drüber. Ja, nicht mehr Problem. Also da kommt irgendwie wieder ein Ball raus. Wie hoch springt man da? Ziemlich hoch. Also durch die Decke springst du. Ja, da muss man dann was platzieren. Aber ich frage mich gerade, wo das andere hin wird. Okay. Let's go. Geht ja nicht. Weil dein anderes Portal gelöscht wird. Sobald du oben durchfliegst, lösche ich das Portal hier. Alles klar. So. Also, warte mal, dort oben. Ah, warte mal, warte mal. Du bist reingelaufen. Wenn du ganz nach oben guckst, da haben wir nochmal so eine Trasse, die man benutzen müssen. Ja, ich weiß es wieder, ich weiß es, ich weiß es wieder. Du springst hoch. Du musst hoch springen und dann muss ich in der Zeit das Ding hier betätigen, damit du drauflanden kannst. Dann gehst du rüber. Dann weißt du. Du kannst den Knopf betätigen und ja, jetzt muss ich gerade überlegen, wie ich das am demnächst wegmache. Ja. So. Ein fucking Zauberer. Jetzt musst du das. Das ist kein Knopf. Was hast du? Na, doch, da ist doch irgendwas hier. Was ist da? Ah, nee, warte mal, warte mal, jetzt muss man nur noch wissen. Mir fehlt ein Ball. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Du musst hier drüben nochmal. Ja, das musst du machen. Nee. Das kann ich nicht machen, das musst du machen. Du musst am Ende, du musst hier am Ende, du musst hier am Ende, du musst hier am Ende, du musst dann. Ja, ich muss nochmal wegmachen. So. Ui. Ah, falsches Portal. Ja, das ist auch zu spät. So. Jetzt gehst du durch. Nee, andere, hier, bei dir, bei dir, bei dir. Hier, hier drüben. Nein, oben. So, warte mal. Dann musst du hier drüben hinschießen, damit du den Knopf betätigen kannst. Also da muss ein Portal jetzt von dir sein. Knopf betätigen? Ist, ist okay, ist okay, ist okay. So. Warte kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Genau, der darf nicht durchfliegen, der darf nicht durchfliegen. So. Ja, ich kann ja mal kam, aber ich kann ja auch nach unten gucken. Nee, das bringt trotzdem eine Stiftflik, trotzdem mit dem Ball durch. Ich muss dir dann hochgeben. Ich gebe dir dann hoch. Lassen und liegen, lass nur unterliegen lieber. So, und du springst jetzt wieder hoch. Hoi, hoi. So. Geht das? Nee, scheiße, klappt doch nie. Komm mal hoch. Komm, spring hoch. Ich kann ihn auch fangen. Nee. Lass ihn mal los. Da. So. Und jetzt ist die große Frage, wie komme ich rüber? Ich kann es ja auch machen. Ich gebe euch einen Tipp. Stimmt, du kommst ran, das ist gut. Was können wir denn nicht? Keine Ahnung, wir spüren keine Liebe, das ist vielleicht. Wir können alle Leute abstechen. Yay, stechen! Wir spüren keinen Schmerz. Ich hoffte, diese alten Tests könnten mir wieder ein wenig Freude bereiten. Doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht. Welches Versagen? Sind doch nicht kacke. Um was redet die Alte? Die Altschachtel. Jetzt musst du dich hier drüben. Ja, wer sein Atomö nicht im Weg stehen würde. Vor, auf, äh, wieder vorgehen, wieder vorgehen. Oh! Oder auch nicht. So, dann geh mal wieder hier hin. Dann kannst du nämlich dein Portal hier drüben hinsetzen. Ups, falsche Knopfen. Wir müssen nochmal zurück. Vor allem, das wird noch so komplizierter. Das wird so schrecklich. Es muss ein rotes da drüben hin. Genau. Äh, jetzt muss... Und wieder zurück. Äh, so. Genau, zurück. So. Mal nochmal zurück. Nee. Geh doch durch. So, und jetzt mach... Vor dir und dann... Und dann darum. Alles klar. Ja, aber warum auch nicht? Also, wir bücken uns ja gerne. Also, liebe Frauen, wir sind jungen Männer, die gerne sich bücken. Wie dämlich das aussieht. Wir entfernten diese Strecke, weil sie sie für zu tödlich hielten. Hä? Ich hab so schon erzählt. Sie haben primär auszeichnen sollen, aber sie ließen sie einfach verfallen. Die ist doch so bald, die Map. Diese Menschen. Scheiß auf die... Einer meiner besten Tests. Und die lassen hier Pflanzen wachsen. Ist doch schön. Man kann Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Sie halten alles aus und zeigen weder Schmerz noch Furcht. Unwissenschaftlich. Bleib mal hier kurz. Ja, doch raus. Das geht schon mal nicht. Das ist so schlecht. Weißt du das? Oh, ein Ball. Ja, hier, da hinten. Warte, warte, warte. Ich komm rüber. Oh, hallo. Ja, ich sag schon nischt. Ähm. Aber anstatt, dass du einfach so anders läufst. Ne, ne. Du musst ihn schon fangen. Fang den Ball. Wohin? So, ähm. Ah ja, komm zurück. Wir müssen jetzt erst mal ganz zurück wieder. Ja? Ja. Und dann ist nur den hier. Ja. Und jetzt muss ich nämlich... Halt. Der Ball. Einer. Das hätt' man auch von unten machen können. Hätt' ich halt einfach machen können. Ich war walkin' on sunshine. Oh, ho. So. I'm lackin' on sunshine. Oh, ho. Ah ja, das ist ja das Ding. Ja, ja, ja. It's time to feel good. Alright. Irgendwie muss ich drauf landen, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Hm. So, schon mal nicht. Ne, du musst von oben, musst du noch mal irgendwo runterfallen. Ah, geil. Ja, so ist das richtig. Ja, genau. So war das. Scheiß, ja. Leck mich doch am Arsch. Hier, warte mal, warte mal. Äh, stopp. Ah! Nein, lass mich machen, lass mich machen. Lass mich machen, lass mich machen. So. Jetzt springen dagegen. Mit Chirotod. Nein, springen! Wow. So. Und jetzt musst du mir irgendwie helfen von deiner Situation. Ich hab' ich hoch. Warte. Du hast eine niedrig gemacht. Stopp, 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 zurück. Ja, ich geh' jetzt zurück. Ja, stelle ich nicht ein. Das geht ja auch höher. Noch ein bisschen. Super. So, jetzt musst du mir helfen. Mach' ich aber nicht. Jetzt musst du irgendwie genau das gleiche machen, wie ich. Ja, da ist es doch schon. Na, guck. Nein, komm' nie dagegen. Gut, dass ich den Falsch-Knapp gedrückt hab. Ist es so? Nee, warte mal, ich muss es ja schräg ansetzen. Hahaha. Oh, vielleicht klappt das ja schon. Nee, so klappt es immer, das hätte ich nicht. Warte, warte, warte mal. Vielleicht klappt das ja. Ja, alles klar. Wie das? Einfach in meiner Situation war es so komisch. Wo bist du die Tür? Okay, gut. Ich frag schon nicht. Ist es richtig? Warte mal, wir können mal was anderes noch probieren. Versuch mal noch näher hier so schräg ran zu machen. So wie du jetzt bist. Oh, warte. Scheiße. Ich hab gedacht, ich komm einfach so reingeschlittert. Kann noch so machen. Ja, wenn das jetzt geht. Fuck, das war ein bisschen zu schief drauf. Ah. Nee. Geht. Hä? Muss mir sagen, rechts, links, oben, unten. Okay, das geht, 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 so. Concentration, Concentration. Achtung, ich fliege. Nein. Nein. Ich hab dich verahnt. Du musst warten, bis ich dagegen bin. Ich weiß. Ja, jetzt soll das ewig das auskalibriert. Denk dran, du musst ja noch zu deiner Fickfreundin gehen. Alles klar. Das geht. Machst du weg, Freundin. Du musst bei der Höhe kommen. Ein Borking on. A blue line. Oho. Hervorragend. Menschen würden jetzt ein Volumen für den Abschluss des Tests verbringen. Für einen Test. Keks. Die Pflanzen wollten keine Belohnung. Muss schon die Pflanzen haben. Sonne. Hohohoho. Ich schuf diesen Test, damit die Menschen mit sich zufrieden sind. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Pfeilen. Alles klar, wir folgen den Pfeilen. Er sieht sehr leicht aus. Aber ist es nicht. Es gibt keine Pfeile mehr. Viel Glück. Ah, diese Schmerzen. So. Ähm. Logisch überlegen. Hä, was? Waren wir jetzt bitte. Waren wir, waren wir. Jetzt geht er reich. Achso, ja klar. Oh, das war ja der Trick. Oh nein. Das muss ich nämlich noch. Hi. Das war der Trick. Hier habe ich mich mit Beid habe ich mich irgendwie durchgepackt. Wir wissen nicht, wie ich mal das überhaupt geschafft habe, wie das Level. Wenn wir das überhaupt geschafft haben. Ich will survive. Bam 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 na 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 na. Einer. Ein Pogging on Sunshine. Okay, ihr müsstet euch durchwangen. Ich will, wir wissen nicht, wie wir es geschafft haben. Ey, wir wussten dann auch immer nicht mehr, was überhaupt passiert ist. Oder ne, hier war es, glaube ich. Hier muss man, eins von den beiden Sachen, wusste man nicht mehr, was passiert ist überhaupt. Na gut, jetzt ist die Frage, alle Fragen, wie sollen wir denn hier durchkommen? Ich bin durch. Oh ja. Ah, warte mal, das war das jetzt. Äh. Ich glaube, einer muss zurückbleiben. Ey, komm mal. Ja, wir müssen aber höher. Glaub ich mal. Ah, warte, 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 warte. So, dann muss ich hier hin. Also, wir müssen jetzt immer wieder hochspringen und dann... Oh. Noch ein bisschen. Ey, du kannst doch so durchspringen. Achso, ne, warte. Nein, Portal. Okay. Gut, reicht. Was? Irgendwas hat es gerade gefällt. Ja, der ist unter uns. Gut. Äh, und jetzt... Kann ich wirklich sagen, bewerte den Part. Was? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Du willst die spannende Stelle weglassen? Okay, warte. Eigentlich ist es nicht mehr viel. Wir müssen jetzt nur noch... Also, einer muss halt runterfliegen. Ja, ja, ja. Mare und als... Und dann hier... Ja, 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 du musst... Ich hab das, ich hab das Rote hier. Ich brauch das. Ja, und du musst das hinterher... Äh, hinschießen das Rohr, äh, das ist das Gelbe. Achso, meinst du das Rote? Ja, aber das... Oh, das Rote, so. Und jetzt muss ich nehmen... Da sind Pfeile. Aber warte. Das... Das regelst du. Du musst aber zuerst da hinschießen. Ja, ja, das muss ich ja machen. Okay. Ja! Ciao. Und jetzt? Ähm... Ich will auch... Ja, jetzt bräuchte ich nämlich... Ach, das gehen trotzdem, ja, das geht trotzdem. Dulay, du musst einfach gar nichts. Nee, nee. Nee, du machst nichts, und darfst nichts machen. Wenn ich fies wäre, würde ich jetzt am liebsten was machen, aber es geht nicht. Weil sonst müssen wir vom Vorderbeginn mal den Scheißstrahl nicht haben. gut ich würde ihn für und durchführbar tödlich grausam und ein testsubjekt bezeichnete ihn sogar als defekt was der war doch nicht defekt nein nur er war defekt weil ich würde sagen das war's wieder mit diesem part wir haben gesagt bis zur hälfte wir kommen wir nicht durch wie fett bin ich denn bis zur hälfte mach mal wenn ich dir ganz platt gefallen hat gibt nur noch wenn ich einen down unten schreibt mir die kommt aber wenn man davon sieht wird auch nicht und dann bis zum nächsten mal sagt menschwort ich würde eigentlich gerade eine geste machen aber ich weiß nicht wie das geht genau tschüss